Oft ist das Wort Fake News gar nicht das, was es auf den Punkt bringt, sondern es sind dann eher Halbwahrheiten, die dann einfach verdreht werden und emotionalisiert werden. Wie erkenne ich überhaupt Fake News? Wie mache ich das als Konsument und wie mache ich es als Journalist? Schwierig ist es immer. Also gut, einerseits ist es manchmal sehr offensichtlich, dass etwas politisch instrumentalisiert wird. Also wenn jemand dem ORF, sage ich mal, ans Bein pinkeln will, dann haben wir schnell einmal irgendwo in deren Augen Fake News produziert, weil man eben nicht der Meinung ist, der Protagonisten, die bei uns zu Wort kommen zum Beispiel. Ich habe jetzt ein Medium, das Nachrichten transportiert. Wie weiß ich, ob ich diesem Medium glauben kann oder nicht? Das heißt, was Sie sagen, die Quelle ist eigentlich das Interessante dran. Naja, es gibt ja ein Impressum. Wem gehört das? Wer finanziert es? Wer ist die Redaktion dahinter? Wer sind, kenne ich die Redakteure? Haben wir überhaupt echte Namen? Gibt es ein Redakteurstatut? Alle diese Fragen muss man sich schon stellen, wenn man herausfinden möchte, ist das jetzt seriös oder nicht. Also erstens mal muss man sich gescheit aufregen, damit man viel klickt. Und das wäre schon die erste rote Flagge, wo man erkennen kann. Also ich werde sofort emotionalisiert, dann sollte ich schon mal heller ruhig werden. Ich glaube, diese ganze Fake News-Geschichte und die Problematik der Fake News, die kommt ja über Social Media auch ins normale Fernsehen, weil immer mehr sozusagen Video-Ausschnitte, Content aus Social-Media-Kanälen in Beiträgen verwendet wird, weil oft auch gar nichts anderes zur Verfügung steht. Wie beeinträchtigt jetzt die Tatsache, dass es immer mehr dieser Fake News gibt und immer mehr dieser Manipulationsversuche? Wie beeinträchtigt das eure Arbeit? Naja, man muss halt Check, Recheck, Doublecheck. Es ist einfach mehr Arbeit und man sollte sich halt immer überlegen, qui bono und immer follow the money. Ich bin Wirtschaftsjournalistin. Also wer finanziert es? Der ORF ist ja auf TikTok mit der Zeit im Bild, wird von manchen kritisiert, weil man eben sagt, unseriöse Plattform. Anderes Argument natürlich des ORF ist, wir müssen genau dorthin gehen, wo die jungen Leute sind, damit sie eben nicht nur unseriös informiert sind. So ist es. Aber die Frage stellt sich natürlich, was ist jetzt seriös und was ist unseriös? Wer das ganz einfach beantwortet, das, was die ZIP dort macht, ist seriös, weil die recherchieren das, was sie tun, erzählen es halt in knackigen 30 Sekunden. Aber warum sollte das nicht seriös sein, nur weil es auf TikTok veröffentlicht wird? Früher hat man gesagt, wenn alle Zeit im Bild 1 schauen oder alle die gleichen fünf Tageszeitungen lesen, dann sitzen wir alle vor dem gleichen Lagerfeuer. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Realitäten und man fängt das ja nicht mehr ein. Und man kann dann ja gar nicht mehr nachvollziehen, woher eine öffentliche Meinung kommt und wer die beeinflusst hat und manipuliert hat. Warum ist das wirklich so, dass so viele Menschen auf diese Fake News hereinfallen? Naja, weil sie einfach zu verstehen sind und weil sie emotionalisieren. Weil du für komplexe Probleme einfache Lösungen propagierst. Die aber dann nie stattfinden. Die nicht stattfinden, aber wurscht. Ich habe endlich ein kompliziertes Thema verstanden. Ich kenne mich aus und kann mitreden. Wir müssen mit guter Information kämpfen und komplett erzählen. Also.